Freunde, willkommen zurück auf dem Stylers Uncut Channel. Heute mit einer Reaction. Das liegt daran, dass wir erstens seltener Reactions in letzter Zeit machen. Und ich glaube, das können wir einfach mal wieder einführen. Und zweitens nehme ich gerade ein bisschen im Vorhinein auf für die Gamescom. Denn wenn ihr das Video seht, bin ich ziemlich sicher gerade auf der Messe in Köln auf der Gamescom von Mittwoch bis Sonntag. Da ich in der Zeit keine Videos produzieren kann, nehme ich jetzt davor was auf, damit ihr trotzdem halt Videos zu sehen bekommt. Und ich dachte mir, es gibt sowieso ein paar interessante Videos, die wir uns angucken können. Beispielsweise, und ich habe jetzt eigentlich schon keine Lust mehr drauf, das mir anzugucken. Das erste Video von Phil, also Dinkel, vor drei Jahren in Warzone. Stress, Stress und nochmal Stress. Die verrückteste Runde Call of Duty Modern Warfare Warzone mit Sifo und Styler. Styler, ne ist das Geistesgang. Viel Spaß. Ja, das ist wann gewesen? Am 27.04.2020. Ich würde sagen, es sieht im Hintergrund kacke aus, der Mann sieht kacke aus ohne Bart. Es ist alles kacke bisher, er hat mich falsch geschrieben. Da ist noch ein nicht weggeräumter Teller bei seinem Setup. Ja, ich denke, es wird spannend. Wir gehen rein. Autismus. Eine neue Interpretation von Disa King Phil, Sifo und Stylers. Ja, ruhig mal Platten, oder? Ja, ich hole mal den neuen Kopfgeldauftrag. Jo, willst du noch ein bisschen Geld? Kleine Spende? Kleine Spende, bitte. Ui, ich bin reich. Ich bin nicht. Gegner. Ich bin von irgendwo angeschlossen, als ich gerade eine App geöffnet habe. Ich weiß, irgendwie von richtigem Kopfgeldauftrag, ne? Ich hole eben Self-Revive. Sechs in die Überlegung. Let's go. Ah ja, von rechts. Ja, hinter der Maul. Ah, da, 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 genau, dahinter. Sehe ich nicht mehr? Ja, ja, ja. Boah, wie scheiße hier noch alles sind. Pass auf. Obacht. Die Musik passt gar nicht. Meine Güte, Alter. Wie Open Phil der einfach steht. War das noch close hier, ne? Nicht auch, eigentlich vergessen, ne? Christo, hast du einen Shot kassiert? Ja. Der geht hinter die Vorratssieferung gerade. Was ist das denn für ein Video? Ach, Jungs, was ist? Die werden noch von anderen... Ah, von mir, 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 von mir. Komm, gön, gön, gön. Nein. Ich bin einfach nur menschlich enttäuscht. Er bewegt sich, der blöde. Einer ist noch hinter dem Kasten, Chris, gewesen. Ah, ich hole gleich. Team Wipe, der beste Chris, einfach. Halleluja. Ja, vom Dorf. Willst du kurz Platten geben? War der alleine? Alerts, Junge. Boah, da hatte ich voll die Probleme mit meinem OBS, glaube ich, dass die Alerts immer doppelt und dreifach und sowas kamen oder sowas. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, das war die Anfangszeit von WoWZ und hat nichts funktioniert bei meinen Alerts. Ganz kurz, Phil spielt hier in diesem Gameplay. Neun Schuss HDR. Ihr seht's gar nicht, da ist meine Facecam drüber. Ihr müsst mir jetzt glauben, oder? Wobei, ich zeig's euch lieber ganz kurz, sonst glaubt ihr's mir nicht. Neun Schuss HDR. Boah. Kurz Platten geben. War der alleine? Oh. Ah, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Nee, ach komm schon, Jungs. Ich werde hier aufhören, weil ich hör nichts. Und die Zone noch. Ja, das war die Zone. Ja, Zone ist aber gar kein Problem. Irgendwie oben auf dem Berg, ne, wurde ich ange... Einen Schuss in der M13, danke. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Das will ich gut an. Ja, ist auch. Mon KS. Mon KS. Shield Break. Sind zwei Stück, er hat Shield Break kassiert. Nope. Der Rattenpeter. Du F*** Schnitzel. Von Storage kommt noch einer, ne? Ach, ich heul gleich, Digga. So viel Stress noch nie gehabt in meinem Leben. Nicht mal bei der Abi-Profen. Storage kommt noch einer. Gegner, Gegner, hier, direkt hier. Komme. Ich kann bisher echt fast nichts zu diesem Video sagen. Es ist bisher eine reine Katastrophe. Ich glaube, das wird Phil genau sehen. Hat Phil mal auf sein erstes Video von Warzone selbst reagiert? Also hat er sich das selbst mal noch angeschaut? Gar keine Steps und nichts. Open One-Shot. Hab ich einen Team-Wipes? Boop, 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 boop. Nice. Boop, Platten, alle. Hab die Platten noch? Äh, ja, ich hab drei. Bitteschön. Ein oder so. Ah, komm, ich gönne jetzt zwei einfach, weil du mich gerade eben wieder geholt hast. Themen-Chemie einfach auf 100. Ich sag's, wie es ist. Themen-Chemie. Oder, da, da. Komm schon. Shield-Hit bin der Beste. Sind wir jetzt fertig? Nein. Shield-Track. Nope. Mach jetzt No-Scope. Hallo Twitter. Dahinter, dahinter. Irgendwann muss doch sowas hitten, so ein No-Scope, oder? Irgendwann hitt man noch so. Joa, hab ich den No-Scope, der hat Digga erst mal selber den Daumen gezeigt, nice. Ja, er wird gleich sterben. Einer von den Beinen ist down, sollen wir die umrum? Ja, das macht keinen Sinn, lass einfach Zone, wir müssen über dieses ekelige Erfnis gehen. Aber lass, lass diese Aufwand hier als Deckung gehen. Okay, okay. Vielleicht hab ich ihn gezündigt für dich. 20 Uhr neues Video online. Digga, vielen, vielen Dank. Eine Hand wäscht die andere. Ja, richtig. Es ist einfach Karma. Es ist einfach gutes Karma. War der den Baum? Wo, wo, wo? Wir haben noch einen Vibe, der war auf der Brücke, der ist down. Um auf der Brücke, ja. Ja, ja, der war alleine. Der eine, der gerade weggerannt ist, ist Wann. Der Gegner von mir ist von mir, alles von mir noch, einer kriegt hier rum. Lul. Wieso kriegt hier einer rum? Wer bist du denn, du denkst? Hier in dem Haus? Oh, ja, ja, ja. Die einen Spieler sind auch ganz unangenehm, ne? Also, Phil, also ich bin gerade wirklich schockiert, ne? Was drei Jahre für einen Unterschied machen, boah. Das ist ja wirklich ganz anderes Level, so ne? Also ich darf mich jetzt über Phil lustig machen, weil er, glaube ich, auch weiß, dass das damals einfach nichts Gutes war, so. Aber mittlerweile sind die Videos von ihm ja echt nice. Und meine Videos waren vor drei Jahren auch kacke im Vergleich zu heute, so, ne? Aber das ist ja wirklich Tag und Nacht gerade. Hab ihn. Nein, das ist das. Denk was an die für Munition war über fancy. Jungs, was ist denn das für eine Runde? Ich komme ja wirklich gar nicht zur Ruhe. Wo von da Schüsse müsste. Wie, von hinten? Na, von Richtung, Richtung Norden. Was ist da passiert? Versuch mich zu singsen. Dem einfach gehen. Ja, ach so, im Scheiß, der Funkturm hier oben. Ach, ihr habt so keine Freunde, ne? Ehrlich jetzt. Ist das anstrengend, wirklich? Oh, was ist denn das für eine Runde, Jungs? Vor allem mit Basti. Basti hat auch immer alles dreimal, viermal gecallt. Immer richtig schnell, sodass man sich mitbekommen hat. Und Phil war damals ja auch noch nicht so der Ruhige. Ja, das ist wirklich eine sehr anstrengende Runde. Vor allem, weil ich... Ah, selbst. Ui. Einfach direkt durchgespielt. Einfach keinen Bock mehr? Lope. Oder kann ich das für sich selbst einstellen? Wie viele Subs sind das? Ja. Ich hab ein HP, kann ich bitte planen? Damals haben wir uns noch nicht für Subs bedanken und sowas gemutet. Schrecklich. Schrecklich. Das haben wir erst zwei, drei Monate nach Release angefangen. Deshalb hat Felix auch immer, das weiß ich noch ganz genau, wenn Felix den frischen Prime bekommen hat oder den frischen Sub, hat er immer gesagt, willkommen im Stream, danke für den frischen Prime, hau raus, woher kennst du mich? Das war eine wilde Zeit, ey. Gott sei Dank sind wir irgendwie alle ein bisschen professioneller geworden. Das ist irgendwie ganz wild gewesen am Anfang. Was hab ich hier für ein Skin eigentlich? Bisse, bitte, bitte. Oh, ja, wie schön. Oh, wieder. Ach, Digger. Wir holen ganz kurz den Win, Freunde, ne? Ja, wahrscheinlich schon ganz kurz den Win, oder? Ja, wir holen 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 ganz kurz den Win, oder? Ja, das ist... Ah, okay. Guck mal, wie ich da rein renne, einfach. Wieso schieß ich eigentlich, ne? Ja, die sind in dem Haus. Wollte grad sagen, wir müssen laufen, Digger. Ja, die sind immer noch in diesem Ding drin. Sollen wir das Auto einfach nehmen und durchziehen? Oh Gott, wir werden eh Zivilcassin sterben. Was, mit mir? Wir können ja kurz was kaufen. Platten, so. Ich brauch Plattos. Auto machen, so. Ich seh jetzt schon, das ist bestimmt Copyright. Das ist safe Copyright. Ich muss das safe rauscutten, die Musik eben. Ihr habt vielleicht gerade keine Musik gehört, weil es zwar Copyright. Es geht direkt weiter, wirklich, das ist die... Hallo da. Und ne, um, 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 im Fenster. Ah, perfekt. Und nein, bei uns um auf dem Dach, ja. Oh, hier ist der Essen wieder drin. Leck mich am Arsch. Bin auch bollenschtetig. Sind die hier drin? Ja, um, drin, um, drin, um, drin. Das ist ja eine Treppe gewesen, der hat einen Zivilcassin platziert. Ich finde, ich finde, er ist um, ach. Wir sind nicht wirklich durch das Auto gestorben, oder? Ach, sowas. Das Auto ist einfach. Reingeschmissen und das Auto draußen ist explodiert. Ich bin eh tot. Ich, da habe keine Platz mehr, Jungs. Aber umschieltet. Chris, 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 Chris. Ach, du hast kein Safe. Ich hatte Safe, aber ich bin nochmal gestorben. Oh, irre. Was ist denn hier los? Digga, Monka. Monka. Gut, dann geschlossen. Geht ihr rüber. Geht ihr rüber. Ich bleib hier drin und war auf. Oh, nein, nein, nein. Ja, bin tot, bin tot. Einer steht mein Fenster. Erfüll ich mich nicht. Erfüll ich mich. Ich hasse deine Mus... Oh mein Gott. Oh, guck auf die Tür. Guck auf die Tür. Auf die Tür. Ja. Welche Tür? Die Tür, die hier drin ist. Das ist ein Ritter. Die welche Tür? Das ist ein Ritter. Ich habe keine Waffe. Hier sind so viele Gegner. Ich habe sowas nicht gesehen in meinem Leben. Oh, ich habe auch wieder Waffen. Hier kommt noch ein zweites Team. Passt auf. Pass auf. Digga, was ist das? Ich habe keine Team. Hier kommt noch ein zweites Team. Hab ihn gefinished. Wir wissen. Was passiert da gerade eigentlich? Alles im Hintergrund. Es ist wirklich... Ich kann das so auch kaum was sagen. Ja, es ist... Ich habe den Gas noch. Team Wild, let's... Team Wild, let's go, Alter. Panik, Panik. Hell. Drohne, Drohne, ich habe Drohne. Hau raus, hau raus, hau raus. Hab ich. Da aber auch wirklich Basti, ne? Alles, was der callt. Drohne, 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 Drohne. Ich habe Drohne, ich habe Drohne. Was ist das? Wir müssen über die Brücke schnellen, wir müssen es bei Ihnen. Ah. Und dann schreit er noch zwischendurch. Colity, Colity Input. Ich brauche mich einfach nur das. Äh, äh, sauer. Hier müssen es einer kommen. Oh, da ist einer. Oh, war der Slow, ne? Krass. Ich seh ihn. Hab ihn, Shield Break. Du bist... Tobin, nock, Tobin, nock. Das ist eine Nehre. Jungs, wir müssen aufpassen von, äh, äh, Dings, Feuer, Dings, Feuer, Feuermann, Feuer, Feuer, Polizeistation, dahinten. Feuer, 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 Feuer. Das geht da, das geht da. Oh mein Gott, der Geil. Oh, ah, alles, ich helfe. Ich bin fertig. Wenn wir die Runde gewinnen, dann gehe ich ins Kloster. Ich leg mich einfach hier hin. Ich leg mich einfach hier hin, Digga. Ich hoffe, wir gewinnen die Runde. Ich seh ihn nicht mal so. Hat da hinten noch einen Nock? Ja, ich bin Nock. Nee, Team Wild. Ich bin Klaus, ja, also ich sollte ihn geholt werden können. Füllt sein Gehirn hat schon aufgegeben. Wieso? Ich seh sie, ich seh sie, da. Ich nicht. Wir sind halt da oben drin, ne? Ah, haben Sie noch Geld, haben Sie noch Geld, ne? Alles gut, alles gut. Das ist ne Heli, Bro, was niss? Oh, wie cool war das grüne Gas, aber damals? Die werden so mit RPG-Ausstoßen ausgelöst worden. Pff, Digga, hä? Digga, will er mich freken? Dann kann ich mir so lange leben. Ein Platten, darf ich? Ey, ich kann nicht mehr. Brauchst du Platten? Die einen Spieler sind schrecklich auch. Er wird gejurtelt von dir vorne. Hier liegt noch ein RPG. Ah, ich komm nicht so. Einer noch von denen. Nicht zu gierig, ich bin safe. Ja, ich bin hier, ich bin safe. Nicht zu gierig, führ das los. Ja, 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 okay. Hab einen, äh, genug markiert. Ey, ich mach, ich mach, ich mach. Freund, ich mach deinen Spot-Move. Oh mein Gott, die Leute. Oh, what the fuck unter uns. Die kommt, pass auf unter dir. Unter dir. APG von überall. Ich bin nur im Arsch. Ich bin hier versteckt irgendwo. Kriegst du den unter uns? Ich hab einen unter uns. Es sind mehrere, glaub ich. Die unter uns hol ich. Die unter uns, die kommt nicht hoch. Die hol ich. Ja, okay, okay. Boah, damit ist man ja übel langsam. Einer Shieldbreak, einer Down von denen. Einer Knock, einer Knock von uns, Chris. Lass die pushen von uns. Einer Knock von denen. Die unten hole ich, die unten hole ich. Wiederschild jetzt? Nice. Wiederschild jetzt? Einer noch, einer noch, Chris. Einer noch, komm schon. Ich hab keine normale Waffe, ich hab nur noch einen Sliper. Jungs, ich komm hier nicht raus. Er ist alleine, er ist alleine. Ich komm hier nicht raus. Let's fucking go. Ich komm hier nicht raus, Jungs. Da ist noch einer, da ist noch einer hinter mir. Ich komm hier nicht raus. Ist vorbei? Ich komm hier nicht raus. Habe ich? Aaaaaaah. Der Basti. Hilfe. Ich weiß auch nicht, ich hab's tot. Er ist einer getrun. Er hat noch safe, er hat noch safe. Das war's, oder? Das war's. Oder? Er lebt wieder. Jaaaaah. Oh mein Gott. Was? Was ist das für ein bisschen gewissen? Sehen wir noch einen Scoreboard? Oh mein Gott. Ich komm hier nicht raus. Oder? Nein, wir sehen nicht mal mehr einen Scoreboard. Ich will wissen, wie viele Kills ich hatte. Das war das schlimmste Video, was ich mir jemals angeschaut habe. Das kommentiere ich jetzt auch drunter. Das kommentiere ich jetzt auch drunter. Das war die schlimmste Warzone-Runde, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Punkt. Absolute Katastrophe. Phil, also ich bin sehr froh, dass du heute so bist, wie du bist. Gerne nicht mehr wiederholen, wie es damals war. Was ist das für ein Unterschied? Aber auch Basti. Ich glaub, Basti ist mittlerweile auch nicht mehr so laut. Basti macht trotzdem manchmal noch den Aaaaaaah. Aber nicht mehr so schlimm, wie es damals war. Äh, ja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es so fandet. Hattet ihr Spaß? Gott, oh Gott. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich nehm jetzt direkt die nächste Ration auf. Haut rein. Ciao, ciao. Das war's. Ich werde nicht mehr auf. Also, dann wird das nicht mehr auf.